Ja, liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, freue mich sehr, Sie zu begrüssen. Wir befinden uns heute hier in der BBB-Galerie in Zürich und ich habe die Ehre, meinem guten Freund Claudio Weiss über das Buch Der letzte Millionär zu sprechen. Ich bin der Autor dieses Buches, mein Name ist Peter Wallimann. Bevor wir beginnen, sage ich mal kurz, worum es so ganz grob geht. Es ist eine Geschichte, wie der Titel schon sagt, um einen Millionär, also einen reichen Menschen, sehr reichen Menschen und dieser reiche Mensch, dessen Weltbild zerfällt immer mehr. Er hat sich zurückgezogen, völlig isoliert, er kümmert sich nur noch um Geld, nur noch um Macht und er muss lernen, auf die harte Tour sozusagen, dass es da noch viel mehr gibt. Er behebt sich dann zwangsläufig auf eine Odyssee, erlebt ganz viele innere und äussere Kämpfe und geht auf diesem Weg auch nach innen, macht er unglaubliche Erfahrungen, sage ich mal. Und es werden ganz viele Themen angesprochen, bis hin zu einem sehr unerwarteten und überraschenden, aber positiven Ende. Das Buch ist auch eine Utopie letztlich. Und über die Themen in diesem Buch möchte ich mich jetzt unterhalten mit Claudio. Dank dir vielmals Peter, dass ich hier sein darf und mit dir darüber sprechen darf. Das ist auch mir eine große Ehre, bei einem so fantastischen Buch, das mich berührt hat, wie wenig Bücher mich berührt haben. Wenn du nicht gewesen wärst, muss ich sagen, wäre das Buch wahrscheinlich gar nicht publiziert worden. Weil du warst einer der Ersten, der das gelesen hat, so im Vertrauen, das Manuskript. Und ja, also du warst so begeistert, ich habe es selber fast nicht verstanden. Weil als Autor hat man natürlich nicht, ja, soll ich sagen, man hat nicht den Abstand, das dann auch, ja, neutral zu bewerten oder anzuschätzen. Ich glaube, jetzt hast du etwas ganz Wesentliches angesprochen. Wenn man das selber produziert, ist man drin. Und ich bin von außen gekommen, ohne jede Erwartung. Und bei mir ist es so, ich lese einen Roman pro Jahrzehnt. Sonst lese ich nur Sachbücher. Und normalerweise langweilen mich Romane. Und hier war ich gefesselt. Und ich war gefesselt, weil gleichzeitig zwei Dinge drin waren, die mich begeistern. Und diese Begeisterung habe ich dir übertragen. Und ich bin froh, hat das mit dazu geholfen, dass das Buch publiziert wurde. Es ist einerseits wirklich eine spannende Geschichte. Und eingepackt in diese Geschichte, in Dialogen, sind all die Themen, die mich bewegen, die unsere Welt bewegt. Und die hoffentlich unsere Welt etwas bewegen wird. Wow, das hast du sehr schön gesagt. Ich bin natürlich geehrt, vielen Dank. Ja, also ich muss auch sagen, ich habe diese, das Buch ist sehr lange gereift. Ja, ich habe die Thematik der letzten Millenär schon vor über 20 Jahren eigentlich als Novelle mal aufgesetzt. Da war ich noch jung. Und es hat dann aber... Jetzt bist du immer noch. Ja, ja, das Thema ist dann lange oder hat lange geruht, bis ich dann vor drei Jahren gemerkt habe, das ist ja immer noch brandaktuell, beziehungsweise eigentlich noch aktueller als damals fast. Und deswegen habe ich mich dann entschlossen, habe mich nochmal hingesetzt und das Ganze ausgebaut und vertieft und destilliert und nochmals destilliert und komprimiert und in diese Geschichte verpackt. Was ist für dich, lieber Claudio, so das Hauptthema oder ein ganz wichtiges Mal? Gut, es gibt aus meiner Sicht mehrere Hauptthemen. Und ich habe das Buch ja damals von dir bekommen als Manuskript und ich habe es in den letzten Tagen nochmal gelesen. Und das Hauptthema, das mir jetzt gekommen ist, ist, du sprichst jetzt auch im Klappentext, hast du es angesprochen, die Parallelwelten von künstlicher Intelligenz. In welchen Realitäten leben wir? Inwieweit machen wir unsere Realitäten? Welche Möglichkeiten haben wir, unsere Realitäten zu machen? Das ist für mich ein, du hast einen Faden der Ariadne, der sich durch diese spannende Geschichte immer wieder hindurchzieht. Genau. Vielleicht darf man da, bevor wir da näher drauf eingehen, einfach noch sagen, von der Geschichte her ist es so, dass es geht also um einen Millionär, wie der Titel sagt. Es ist ein Machtmensch, ja. Der, dessen Realität immer mehr bröckelt, sage ich mal. Es ist eigentlich auch eine Parabel auf, was jetzt gerade passiert, ja, wir haben eine Wirtschaftskrise und, und, und. Und, ja, seine Welt, seine illusionäre, sage ich mal, Welt, die er sich selbst mehrheitlich geschaffen hat, indem er so unendlich viel Reichtum angehäuft hat und sich aber auch isoliert hat dadurch, die beginnt zu bröcken, und zwar dramatisch. Also, er geht auf eine kafkaiske Reise, kann man fast sagen, begegnet ganz vielen Herausforderungen. Und auf diese Reise, um jetzt aufs Thema zurückzukommen, was du angesprochen hast, mit der Realität, wird ihm immer mehr bewusst, dass es da noch etwas anderes gibt außen, ja. Dass er sich in einer Art Blase, das Wort kommt auch vor dem Buch, in einer Blase genau befindet. Wie ist das bei dir so rübergekommen, oder? Es ist genauso bei mir herübergekommen. Und das Interessante ist, dass wenn man einsteigt in dieses Buch, und da sind ja sehr viele Dialoge drin, er spricht sehr viel, und er ist kein sympathischer Mensch. Nee, am Anfang gar nicht. Weiß Gott nicht, aber er hat den merkwürdigen Namen Theophil, was ja wörtlich von Gott geliebt, Gottlieb heißt, und er hat eine ganze Liebe von der ersten bis zur letzten Seite. Und wenn man ihn dann liest, das kann man so mitempfinden. Also, du kannst dich in diesen Menschen so unglaublich gut hineinversetzen, wie du ihn geschildert hast, wie er fühlt, wie er denkt, wie er kommuniziert. Und für diesen Menschen ist das seine Wirklichkeit. Und der rüttelt nichts, aber auch gar nichts. Und dann im Laufe des Buches wird er gerüttelt und geschüttelt. Und er hält trotzdem dran fest. Lange, ja. Lange dran fest. Weil das ist, er kennt nichts anderes. Und wenn er mit etwas konfrontiert wird, was dieses ganz andere ist, dann hält er das zunächst für absoluten Quatsch oder Unfug oder so etwas. Und wie ich das gelesen habe, habe ich mich gefragt, Ja, dieser Mann jetzt hier, dieser Theophil, ist er auch vielleicht eine Metapher für viele von uns in dieser Zeit. Ich glaube, das machen wir zum Teil sehr durch. Und diese Zeit, also diese Menschen, die haben eine ganze Sympathie. Ja, da könnte ich jetzt ganz viel dazu sagen, muss mich fokussieren. Was ich glaube, ganz wichtig ist, was du sagst, ist dieses zementierte Weltbild, das der Theophil hat. Ja, das ist eigentlich aus Angst zementiert, kann man sagen. Ja, er hüllt sich in Materie, er hat zwölf Oldtimer, er hat eine riesen Hütte, mehrere Häuser und, und, und. Und es wird, wie gesagt, heftig dran gerüttelt, so wie auch in unserer Welt gerade heftig gerüttelt wird, an den bestehenden kapitalistischen, neoliberalen, was auch immer. Ja, Dogmatik, sage ich mal. Und als Gegenspieler, Hauptgegenspieler, sage ich mal, ist sein Zwilling, tritt der Konrad auf. Und der Konrad ist metaphorisch gesprochen sein Gewissen, könnte man eigentlich sagen. Und er ist ein Idealist, das ist eigentlich fast meine Position, aber ich habe mich versucht, mich in beide hineinzusetzen. Und es gibt dann im Buch auch spannende Gespräche eben über Weltbilder. Was ist die Seele, wozu sind wir überhaupt hier im Leben? Und das trifft so, ja, so radikal aufeinander, kann man sagen, diese Ansichten. Genau, ja. Und was mich als Leser dabei begeistert, kann ich sagen, berührt und begeistert ist, das ist ziemlich klar, dass deine eigentliche Sympathie dem Zwillingsbruder Konrad gehört und wofür er steht und was auch da ist. Aber dass du ohne jegliche negativen Gefühle, mit voller Empathie, diesen Protagonisten, den Theophil, annimmst und ihm erlaubst, durch Wandlungsprozesse hindurch zu gehen, dass er dann schlussendlich doch loslassen kann. Aber es dauert. Es geht nicht von heute auf vor. Man muss sich schon durch einige Zigseiten hindurchlesen. Ja, ja, ja. Also, ja, eine Szene, die wir vielleicht verraten können, ist, er lernt dann irgendwie von den Leuten, die ihn umgeben, dass das Geld Vergangenheit ist. Ja. Geschichte, ja. Geld ist Geschichte. Ja. Und das ist natürlich das Fundament seines Weltbildes, kann man sagen. Und, ja, er begibt sich dann auf eine Odyssee, kann man sagen, durch Zürich und die Umgebung und unter anderem an der vielgefahrenen Seestrasse, die jetzt vollkommen ausgestorben ist, erinnert er sich, so als letzten Anker habe ich doch noch mehr Familienhäuser, die mir ganz viele Zinsen und Zinseszinsen erwerfen. Und dann gehen sie da hin und er stellt fest, das sind nur Attrappen aus Holz. Ja. Also, das sind so Schüttelmomente, sage ich. Ja, ja, genau. Und in diesen Schüttelmomenten kommt sehr schön zum Ausdruck das, was du vor ein paar Minuten gesagt hast. Das, was die Welt für ihn zusammenhält, um Goethe zu zitieren, ist Angst. Und das Angstthema, wenn er selber spricht, ist auch immer, er vergleicht sich mit anderen und muss immer schlauer, reicher, besser, machtvoller oder sonst weiter sein als alle anderen, denn sonst ist er nichts. Genau. Und am Schluss muss er ein Niemand werden. Genau, das ist auch das Leitmotto eigentlich im Buch, heisst, nur ein Niemand kann alles sein. Und damit ist eigentlich gemeint, ich muss eigentlich all meine falschen Weltbilder hinter mir lassen, ich muss auch meinen Egoismus erkennen und ein Stück weit überwinden, ich muss in die Verbindung gehen. Und ich glaube, mit dem Wort Verbindung, da hätten wir gleich ein nächstes Stichwort, weil, so wie er lebt, er lebt in einer Welt der Spaltung, er hat sich total isoliert von der Umgebung, er hat praktisch keine sozialen Kontakte mehr, außer ein paar Roboter, ein Sexroboter und, und, und. Und ja, er hat sich mit Technologie eingedeckt, er hat die schnellsten Computer für Börsen, Deals und so weiter. Das menschliche Element fehlt. Und das ist eben nach Ausdruck dieser Angst, wie du sagst, natürlich. Und auch wieder eine Metapher für die Welt und wie wir sind. Ich persönlich nehme das sehr stark wahr, dass wir, das soziale Element, das bröckelt auch in unserer Gesellschaft, jeder ist so auf seinem Trip, hat man das Gefühl. Wir sind eingedeckt, wir sind digital komplett absorbiert, das menschliche, wirklich echte Zwischenmenschliche fehlt. Immer mehr, habe ich das Gefühl. Und diese Spaltung ist für mich letztlich auch ein Stück weit ein Ausdruck dieser existenziellen Angst und der damit verbundene Nebenspaltung. Und da kommt das nächste Thema rein, das ist eigentlich, wer sind wir überhaupt? Wenn ich mich gespalten fühle, dann bin ich so isoliert nach außen, aber auch nach innen. Irgendwo verliere ich vielleicht den Kontakt zu meiner Seele oder zu dem, was mich auch noch ausmacht. Nimmst du das auch so wahr im Buch? Ich nehme das auch so wahr im Buch. Und jetzt, wo du es so ansprichst, kommt mir eine Frage. Du sagst, Spaltung ist der Ausdruck von Angst. Ist es Ausdruck von Angst, die Ursache von Angst? Oder beides sind es zwei Seiten der gleichen Münze? Also was ist der Zusammenhang? Und du sagst, das Soziale kommt zu kurz, wenn wir uns anschauen, Social Media und so weiter. Ich glaube, wir müssen noch mal anfangen, einen Unterschied zu machen zwischen Interaktivismus und echten Begegnungen und echten Beziehungen. Ich glaube, dank der modernen Medien, und das klingt nicht, ist nicht voll so thematisiert, wie ich es jetzt hier mache, das kommt mir gerade. Ich glaube, dass dank unserer heutigen medialen Verknüpfung der Interaktivismus, das ist vielleicht eine lustige Wortschöpfung, Aktivismus haben wir ja schon. Wie wäre es jetzt noch mit einem Interaktivismus, so groß war wie noch nie, bei gleichzeitiger Oberflächlichkeit? Inhaltslosigkeit und vor allem für mich, es ist keine echte Verbindung. Digital, es ist zwar ein Informationsaustausch ein Stück weit, aber es ist keine echte Verbindung in dem Sinn. Und ich glaube, das ist eben auch symptomatisch, für was wir in der Welt erleben im Moment. Alles ist irgendwo gespalten, es gehört nicht mehr zusammen. Und da kommt wirklich, ist die Frage nach einem anderen Weltbild. Ich glaube, dass viele Menschen spüren, so kann es eigentlich nicht weitergehen. Die Menschen sind unglücklich mehrheitlich, sagen wir mal. Ein Drittel, habe ich gelesen, alle Schweizer, sind chronisch erschöpft. Die Hälfte davon sind depressiv, Medikamente und, und, und. Sie sind in der Arbeitswelt total überfordert oder ausgesteuert, was auch immer. Und ich denke, da wirklich in diese Verbindung zu gehen, was ist der Mensch, was ist die Gesellschaft und sind wir letztlich nicht ein Kollektiv, eine Einheit irgendwo? Das ist ein großes Thema im Buch. Das ist ein großes Thema. Und so wie du es auch im Buch behandelst, und du behandelst es ja nicht explikativ mit Erklärungen, wie wir es jetzt tun, sondern in Geschichten, in Metaphern und im Dialog. Und das macht es ja so spannend. Und in dem, was du jetzt gesagt hast, sind für mich zwei Aspekte, die in dem Buch sehr stark zum Ausdruck kommen. Da hat das Wort Spaltung, und diese Spaltung, die erleben wir zwischen den Menschen und leider Gottes nicht nur zwischen Individuen, sondern auch zwischen Nationen, zwischen Religionen, zwischen Ismen und noch und noch. Das sind kollektivierte Spaltungen. Man ist da entweder für oder gegen, oder die Seite, die Seite, es gibt nichts Verbindendes mit. Und diese Verbindung ist, glaube ich, in erster Linie eine Verbindung, die wir mit uns selbst. Mich erinnert das an den Remember who you are, the Lion King. Remember, das heißt, werde wieder Mitglied mit dir selbst. Und da bist du auch Mitglied mit allen anderen. Denn die Vorstellung, und die erlebe ich sehr viel in Kommentaren auch von Philosophen, dass das Subjekt irgendeine isolierte etwas ist. Also wieso, du hast es ja, glaube ich, irgendwann mal einen Traum, so eine Blase, eine Seifenblase, die sich irgendwo in the middle of nowhere herum tut. Nein, das sind wir nicht. Das ist nur unser Bild, das wir von uns haben. Aber das sind wir nicht. Das bist du nicht, das bin ich nicht, das sind unsere Zuschauer nicht. Das sind wir alle nicht. Ja, ich denke, da kommen wir schon fast ein bisschen in die mystische Richtung. Ja, was ist der Mensch letztlich? Auch schöpfungsgeschichtlich ist die gesamte Schöpfung letztlich nicht eine Einheit. Ja, biologisch sind wir alle als eine einzige Zelle hervorgegangen, wenn man so will. Das ist eine Differenzierung des Bauen des Lebens. Wir sind ein Teil davon, erfahren uns aber durch unsere vermeintliche Intelligenz als gespalten oder wieder abgetrennt und oft eben auch arrogant dadurch, weil wir dann Macht ausüben können durch diese Intelligenz, was aber eben keine höhere Intelligenz oft ist, sondern eine rein Funktionalität. Und es ist eine lieblose Intelligenz. Genau. Intelligenz ohne Liebe ist Dummheit. Und das kommt darin auch. Wunder Verblendung. Das ist eigentlich Verblendung. Aber du hast das Wort Kollektiv angesprochen. Mhm. Und die Assoziationen, die zum Wort Kollektiv da sind, die wir auch geschichtlich erlebt haben, sind ja im Sinne dessen, was du ausdrücken möchtest in dem Buch und was dann auch nach und nach zum Vorschein kommt, irreführend. Aber die üblichen Assoziationen, die greifst du in ein, zwei Dialogen sehr stark auf. Kollektiv ist ein gleichgeschaltetes, wie Zinssoldaten, das sind die Gerorchen einem Befehl und das sind Automaten und so weiter. Das ist ja eine Vorstellung, die man viel hat mit Kollektiv. Was heißt Kollektiv? Wörtlich. Versammelt. Und das schließt... Oder gemeinsam. Ja, gemeinsam. Gemeinschaft. Eine Gemeinschaft. Eine Gemeinschaft ist ein schönes Wort. Richtig. Genau. Es ist eine Gemeinschaft und die Gemeinschaft, die aus freien Stücken, aus Liebe organisch wächst, wie du das so schön in der Geschichte beschreibst, die bringt dir. Eigenschaft von Individuen und Stärkung vor. Es ist eigentlich eine Gemeinschaft aus Individuen, das heißt, die Individualität wird sehr hoch geschätzt, aber als Beitrag zur Gemeinschaft und nicht als Ausdruck von Egoismus. Ich glaube, das ist der entscheidende Unterschied. Und in dem Buch, und das war auch ein Stück weit meine Vision, das kann auch ein paar Generationen dauern, sage ich mal, aber sehe ich einfach vor meinem geistigen Auge, wenn ich das jetzt so sagen darf, eine neue Form der Gesellschaft und jungen Menschen, die einfach mit den alten Werten brechen werden, die in ein völlig neues Bewusstsein, sage ich mal, eintauchen oder das mitbringen schon, die sich eben in dieser Gemeinschaft neu orientieren, wo alles einen Platz hat, aber eben einen tieferen gemeinsamen Nenner. Und ich glaube, das ist genau das, was uns fehlt. Und Geld, das ist noch eine wichtige Botschaft, bildet keinen solchen Nenner. Das ist ein Machtinstrument letztlich, in unserer Zeit. Ist diese Machtausübung, die du gerade angesprochen, jetzt am Schluss wieder angesprochen hast, dieses Überlegen sein müssen mit Macht, ich möchte auf die jungen Leute nochmal zurückkommen und eine eigene Erfahrung einbringen, eine Beobachtung einbringen. Aber ist diese Macht und diese Unterdrückung mittels Macht und Geld ist ein wunderbares Mittel. Früher hat man vor allen Dingen natürlich militärische Gewalt und Polizei und so weiter, also physische Gewalt, aber finanzielle Gewaltausübung ist eigentlich ein Thema in diesem Buch. Systemisch kann man sagen. Das ist systemisch. Und ist das nicht auch ein Ausdruck von Angst? Wenn ich keine Angst habe, brauche ich das nicht zu machen. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und vor allem, wenn man sich eben noch nicht als Teil einer Gesellschaft fühlt oder ist und eben man in diesem System gefangen ist, was wir alle irgendwo ein Stück weit sind, weil wir müssen ja Geld verdienen, wir müssen ja Steuern zahlen und so weiter. Aber man könnte sich das alles auch völlig anders vorstellen. Also ich meine zum Beispiel jetzt die Bemühungen, zum Beispiel für ein Grundeinkommen, ein Bedingungsloses. Das geht eigentlich in die richtige Richtung. Aber man kann das nicht etablieren mit dem bestehenden Weltbild zusammen. Es braucht mehr und etwas anderes. Aber es geht in diese Richtung. Es geht absolut in diese Richtung und das ist jetzt auch ungefähr 15 Jahre her, da habe ich mit Götz Werner, das war der, gesprochen, das war der, der die Deendrogiemärkte in die Welt gerufen hat. Und der hat einen anthroposophischen Hintergrund. Und der hat das Buch damals geschrieben, über das Bedingungsloses, ein Komodo mit mir, lange darüber diskutiert. Und er hat gesagt, es braucht einen kollektiven Bewusstseinslevel, damit sich das durchsetzen kann. Und den haben wir noch nicht. Aber ich glaube, wir sind auf dem Wege dahin, was die junge Generation angesprochen hat. Genau, also es geht um den Wert des Individuums oder des Menschen auch noch für sich auch da drin. Eigentlich in unserem System ist der Mensch nur dann erfolgreich und etwas wert, wenn er Geld macht, was auch immer akkumuliert oder Wirtschaft fördert, was auch immer, oder Politik macht und etwas ausübt, etwas leistet sozusagen. In dem neuen Weltbild ist der Mensch auch nur für sich genug, wie er ist. Er ist einfach und es ist eigentlich bereits genug. Und es ist umso besser, je mehr er noch beiträgt zur Gesellschaft und sich gleichzeitig dadurch entwickelt. In dem, was du gerade gesagt hast, sprichst du aus meiner Sicht einen eklatanten Missstand an, den wir jetzt gerade in der Gesellschaft auch haben. Und das ist, du bist dann wertvoll, wenn du hier was leistest. Und die wertvollsten Menschen sind vielleicht gar nichts, die kein Geld verdienen, aber Kinder in die Welt bringen und ausbilden und Mütter. Ich meine, was Mütter da mitmachen mit ihren Kindern, das ist eine enorme gesellschaftliche Leistung. Und die wird nicht anerkannt. Und du hast gerade vom Individuum, vom Menschen gesprochen, auch wenn er nichts leistet. Mir ist auf der Fahrt hier heute Morgen in Erinnerung gekommen, die Präambel des Deutschen Bundes, des Gesetzes, der Verfassung, der deutschen Verfassung, des Grundgesetzes. Und der erste Satz dort lautet, die Würde des Menschen ist unantastbar. Ich erinnere mich noch als Gymnasiast, ich war begeistert bei diesem Satz. Klingt gut, ja. Und dann habe ich mir heute gesagt, Moment mal, welches Menschen, jedes Menschen, das steht dort nicht. Wenn schon, dann müsste es heißen, jedes Menschen. Nur jedes Menschen, warum nicht allen Lebens? Genau, genau, genau. Ja, das ist eine große Frage. Aber das ist alles, klingt an, sei es direkt oder in Obertönen, wenn man dieses Buch liest. Und wie ich es gelesen habe, du merkst, ich beschäftige mich mit den Themen auch nicht gerade erst seit gestern. Aber wenn man dieses Buch liest, hat es gleichzeitig einen, es ist unterhaltsam, sich damit zu beschäftigen. Wenn man sich, so wie wir es jetzt tun, in einem Sachgespräch darüber unterhält, ist es vielleicht nicht so unterhaltsam, wie in den Dialogen, die da drin sind, die zum Teil sehr lustig sind, also auch von der Sprache her. Ich musste also gestern wieder vielmals auch lachen, als ich es gelesen habe. Und das ist, glaube ich, etwas, was hilft, uns weiter evolutionär dorthin zu bringen, worum es in diesem Buch letztlich geht. Ja, ist das ein Schlusswort? War das ein Schlusswort? Klingt eigentlich, könnte man so stehen lassen. Oder haben wir etwas vergessen, etwas Wichtiges? Ach Gott, ich meine, wir könnten immer ewig weiter. Noch und noch, aber wie geht es dir dabei? Ja, es war gut, ich weiß nicht, es kann schon sein, dass wir etwas vergessen haben, aber das spielt eigentlich keine Rolle. Ich glaube, entscheidend ist, dass wir dieses Gespräch jetzt so führen konnten. Und auch in dieser Resonanz ist es sehr schön, mit dir zu sprechen, natürlich. Und ja, ich denke, es ist immer eine Frage der Resonanz, ja, auch mit Büchern, ob man dann hineinfindet oder nicht. Und was den Leser betrifft, würde ich ihm einfach raten, dieses Video zu schauen und sich zu fragen, ist das ein Thema für mich oder nicht? Und ja, ich freue mich natürlich, wenn das so ist. Darf ich da noch etwas hinzufügen? Liebe Leserin, liebe mögliche Leserin, liebe hoffentliche Leserin, hoffentliche Leser. Wenn ihr dieses Buch lest, wird euch nicht schwer dabei, obgleich es sich um gewichtige Themen handelt. Ja, weil es ist ja auch eine Utopie, es ist auch so beschrieben, es ist eine Utopie und nicht eine Dystopie, also es ist eigentlich, das darf man glaube ich vorausschicken, es hat eine Art Happy End. Sehr unerwartet allerdings. Ja, und wehe, man liest nach hinten. Nein, nein, das darf man nicht. Das darf man nicht. Wer schaut ums Geld. Ja, sehr gut. Lieber Claudio, vielen Dank für das Gespräch. Das war eine große Ehre. Lieber Peter, danke dir ganz herzlich. Danke. Und danke Ihnen fürs Zuschauen. Vielen Dank. Vielen Dank.